Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Part des Playworld of Tanks mit dem Simon, dem Kevin, und mir, dem Adi vom Klubbetsalett7. Und heute fahren wir den Zweier-Tank T18, der Simon auch der T18, und der Kev den T26, weil ich gesagt habe, dass er Richtung KV1S da so eher gehen sollte, da das meiner Meinung nach ein ziemlich anfängerfreundlicher Tank ist. Ja, aber Kevin, der Sechser ist eindeutig. Ich würde sagen, der KV1S ist geiler als die Hellcat. Gar nicht? Doch. Mit der Hellcat zerstöre ich dich. Du hast die Hellcat verhauen, du Hanzo. Ja, weil ich jetzt einen T25-2 habe. Ja, die IS, Junge, ich ziehe dich damit ab, dass wir nachher Übungsgefecht machen. Ich ziehe dich ab. Oh, kein Übungsgefecht, mein Gott. Wir machen jetzt einfach normale Gefechte. Natürlich ziehst du mich mit der IS ab. Ich bin noch nicht ausgelegt dafür, gegen dich allein zu kämpfen. Leute! Was? Ich wollte einfach nur, dass ihr jetzt aufpasst. Alter, wir gewinnen, gibt dir immer viele gute, die wir uns im Team sind. 31K, 26K, 26K. Alter. Was fahren die denn alles? Den Panzer hat 2. Ich hab nur noch 5 Sekunden, 5 Sekunden. Genau, jetzt bin ich. Warum kann man jetzt 12 Stunden ein Magier? Ach, da. Da ist einer. Oh, ich schüsse. Das ist das. Das war's gar nicht. Fahrtmeter her. Autsch. Ja, guck mal, Simon, noch keine Hölle. Beispielsweise nicht mehr. Gott ist der Lahm. Das ist nicht auch der Wort. auch ein Mensch ich bin mein Tier 18 auf die Tierarzt für sie sind Prozent die also falls wir um erst mal die Acht sind es eindeutig der beste zweiter den es gibt nun der OP ist der wohl eher gesagt ja der beste der OP ist er ich hab vergessen was einzustellen egal was hast du vergessen diese drei zusätzlichen Teile die man da bei jedem Panzer reinmachen kann die sind nicht so wichtig Cruiser 4 schießt mit Gold äh das ist Saukloie Academy ne ich hab das ja nur einmal und das kann ich ja dann auf dem Panzer drauf machen den ich gerade benutze da kommt es kostet aber eine halbe Million ein gewissen Personal ein wenig wir müssen Kevin Protecten Kevin Feistler der Seite der Kuh nicht seit ihr dafür kann sich die Säden ist sehr gefährlich die neue Anliegen würde ich gerade ziehen der Pech gehabt wer zuerst kommt ist das Tier hat den Berg hoch Kevin Berg hoch was machst du kein Leben ich habe den Berg hoch mit dem die Kuh auch bei den Berg hoch Kevin Feinberg hoch wirst du gerade wieder Privatgespräche machen äh für ein Mensch er hat trotzdem den Berg hoch oh bei dem scheiß Tank ist das halt nicht so einfach brauche ich das trotzdem 6k ohoho heiskalt daneben geschießt die Gun ist auch einfach scheiße ungenau ne na stimmt ach nee alter alle ich gehe hier vor auf die Fresse kann ich jetzt runter ich will ich will die auch abknallen ja aber fahr nicht so weit vor fahr keinen 90 Grad Winkel vor ja ich wehsse doch gar nicht Mensch 35 der Mensch schließend verarschen Junge du bist voll offen Kevin verwendet sich deinen Hügel als Schutz immer die immer die immer die untere Bodenwahn und verdeckten Denkwahn ja toll auf gehts weiter vorrücken auf Waki und ich brauche Hilfe beim Cruiser 4 der Cruiser 4 der schießt mit Gold der Nobalter was ein Arsch schonende Zeit auf gehts Kevins Neck in dir Berliner ja das Neck ihn doch jetzt schießt doch ja wenn ich so noch mal gleich hinterher ja es muss nachladen ey Menschen Skinners der hat nur mit Gold geschossen schieß ja ich muss nachladen du Vollidiot schieß gut gemacht Kevin aber Kevin brennt Kevin wird drauf gehen ich sterbe egal wer mir da einen Kill gemacht du kannst echt nur nerven ey jeder von uns hat einen Kill ja siehste immer in der Fest keinen Kill jetzt will ich T18 fahren ich hab kein Zweier Tank mehr ich auch nicht können wir nur Einser fahren ne dann fahren wir Einser ok ok was nehm ich da jetzt was nehm ich da jetzt t1 comingham t1 comingham warte mal der T1 comingham ja der T1 comingham ist richtig geil ok dann nehm ich den t1 t1 ist der lol Traktor lol lol ich fand den lol Traktor ich mag den ersten t1 antin die die Autofahrer Gun die 5 Schuss hat die ist schlechter als die ähm die andere gamm pech ich fand den lol Traktor ich hab mir die andere dann letztmal drauf gepackt die ist einfach richtig scheiße himmelst du bist einfach mal hinter let's look wurde aber team und dann alle selber dann wie ich gern 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 Leute eine die einzig finde ich und so können Miniatur da wo seid ihr ganz kürzen da Leute hat und Traktor ordentlich und stellen uns hierhin Kevin um ein da vorne und ich bin richtig langsam ja nee ich bin schneller alte ganze 26 km h geht es ab wo ist Simon der fängt ganz links rum du Dömerchen ich darf langfahren wo ich will nee darfst du nicht okay fand da auch gut da fahren zu viele rum Kevin folge mir meiner ist geil aus als in der 1 aus hier kann man sich gut verkämpfen schaden machen oder man nimmt schaden ja okay fader hoch Kevin ja nee ja hier drüben steht einfach mal nix nee 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 Kevin fahr wieder runter scheiß drauf wir fahren zu Simon vor wir fahren wir versuchen von hinten zu kriegen ja da wo Simon ist da kommen die meisten Gegner eigentlich normalerweise ja normalerweise schon aber jetzt im Moment steht einfach hier nicht eben wir fahren da einfach vorne überraschend sie von der Seite die stehen alle in der D-Linie D-C-Linie da wir machen einen großen Dogen und dann überraschen was sie jetzt da hinten sind und dann überraschen was sie dann überraschen was sie dann überraschend immer schön Deckung der rot zu ich werde keine Sau rum oder das ist echt schlimm ah doch gar nicht traktor erst mal verstecken so mein Motor ist fast am Arsch ich bin kaputt da stehens zweite achten die Autoloader drauf vergessen die bessere Gang drauf zu machen was sagt so ich bin in der Sarschendufe er wird so da das Feuer ist auf mit vier Leben noch aufgeschehen ich habe einen Kill gemacht fahr zurück Kevin in Deckung du bist mir recht offen pass auf den rot zu auf Achtung er kommt der rot zu hat mich einfach mal hochgejagt und vor allem er macht mir 25 Schaden und macht mir nochmal locker 30 nur brennend Achtung fahr zurück fahr zurück fahr zurück mit einem T1 Achtung lol Traktor fahrs rückwärts 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 Achtung rot zu alle rot zu mach ich fertig warte bis er kommt warte bis du wirklich treffen kannst ok jetzt kannst du vorfahren müssen lol von Boden im T1 von oben vom Berg ah ja vom Berg dahinten naja sag mal warum verreckt immer so schnell und bin ich eigentlich immer der Einzige der dann ich weiß nicht weil ich irgendwie ich hasse Lothier ich war eher jaja 6 und so kommen wir mal wieder was zu rückwärts geht mit dem T1 passierst du einfach einen Schuss und du bist zugute tot ok T640 hat gewonnen Kevin kommt zur Garage der T640 hat gewonnen schon mit nur researchen kannst boah ich hab schon wieder 540 Erfahrungen auf ihn bekommen also T26 ich mach nichts Entschuldigung T26 Nimm auf jeden Fall 660 nimm die 37 mm CIS 19 T26 war das warte mal ja ne also soll ich ne 45 mm Nein 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 37 mm CIS 19 aber dafür brauchst du glaube ich erst den T26 den neuen Turm hol erst mal den neuen Turm Wie viel Erfahrung hast du überhaupt auf dem T-18, äh, T-26? Äh, Erfahrung, wie geht das nochmal? Links unter dem Bild, also im Resetting, Gefechtserfahrung. 290. Okay. T-1 hat auch gewonnen, finde ich gut. Aber dafür brauche ich erstmal auch einen Motor oder so eine... Ja, hol dir erst die Kette. Erst die Kette, dann den neuen Motor. Oder den besten Motor gleich, kommt drauf an. Wie viel Erfahrung du hast. Erst die Kette, dann den Motor, dann den Turm und dann die beste Gun. Funkgerät brauchst du auch nicht. Der Gerät. Dann, wenn du einen neuen Gun drauf hast, nicht vergessen Munition zu kaufen. Ja, ich muss mir, äh, die, warte mal, die 45mm 20k erstmal holen, bevor ich die 37mm CIS haben kann. Dann, wie viel fehlt dir noch, Mr. CIS? Ah, jetzt kann ich, nee, jetzt kann, das kann ich jetzt. Nee, ich muss, ich muss das, nee, ich brauche wieder Erfahrung. Okay, dann, dann geh auf the right. Dann nimm mal die neue Gun, baue sie einfach mal. Ja, ja, ich hab, ich hab mir jetzt ne Gun. Was spielen wir jetzt? Ah, nee, warte, 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 ich muss mal ganz kurz... ... an, ähm, Camouflage net rausmachen. Bei dem E-26er draufmachen. So. So, jetzt können wir eigentlich los. Okay, ähm... Okay, ähm... Zweier wieder? Ja. Gut. Und ins Gefecht. Pfff. Ah, nice. Schlecht, Schlecht, Schlecht. Alles Wunschutz für uns, Abi. Außer die T-18. Na, die T-18 sind schon ziemlich... Ähm, geht, wo sollen wir rumfahren? Sie immer, hier. Fahr durch die Mitte Heavyline. Ich hab die Heavyline, Junge. Na ja. Auf den Berg hoch. Ja. Und dann durch die Stadt. Oh, ne, ich fahre durch den Berg in der Mitte. Okay, fahren wir den Berg über die Mitte. Kevin soll sich ein bisschen hinter uns halten. Ah, ja. Ja, wir haben mehr Panzerung als du. Frontal. Das ist klar. Ich hab grad Kevin seinen Neugann gutachten. Oh, nice. Macht auf jeden Fall mehr Schaden als vorher. Ja, auf jeden Fall. Oh, die Meinwurst. Und ich hab Tarnnetz. Jetzt kann ich... Wo ist die Meinwurst? ...unbeobachtet jemanden... Nee. Da musst du stehenbleiben, um es Tarnnetz zu aktivieren. Ja, natürlich. Die Büsche. Ich hab auch... Ich hab ein Tarnnetz, eine Lüftung und ein Scherefernrohr drin. Oh, bin ich doof. Voll verkackt den Schuss. Auf dem T1 Cunningham. Ah. Haha. Alles Noobs. Fahr rechts den Berghoch, Kevin. Rechts, 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 hier die auf den Berghoch. Wir gehen in der Deckung. Simon, wir geben keine Deckung. Kann seine Deckung geben. Kann ich doch nicht hin, Mann. Oh, Mann. Das sind T18, ey. T8 hat verschillt Simon. Wir gehen in der Deckung. Ja, da hoch wird, das wäre selbstmord, oder nicht? Simon, das ist immer mal hilfst. Ich bin noch dabei. Oh, Mann, das ist geschützt, beschädigt. Kannst du nicht mehr schießen? Doch, doch, ich kann noch schießen. Nun geht's auf den Berghoch. Okay, Kevin ist auf den Berghoch. Ah, ich hab schon 20 Abprall erhalten. Ich hab auch schon 15 bekommen. Hinter uns T18. Da, Kevin, Snacks, Ideale. Da hast du eine selbstfalle Fette. Da hast du diesen Tamberg. Der T18 hinter uns ist sauwichtig. Der kann doch alle von hinten aufräumen. Was? Kill die mal, die Mongos da oben. Wenn sie hinterher Stein mal vorkommen würden. Du meinst, das ist, äh, GPZ-MK, bla bla. Entschuldigung. Wie die heißen. Da sind doch schon alle tot. No, die T18 hat mich gewonnen, Hütte. Ja, der T18er, ne? Ja, lass mal hinfahren. Warte, 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 ich warte. Der soll mich als erstes necken, und da musst du hinabartürten. Schießt der mit Gold? Ich glaub nicht, dass ich ihn schaden machen kann. Ich muss noch da hängen. Entschuldigung. Ich kann 125.20 Euro und unten auf die Bodenwanne. Das und MS1 da hinten. Okay, das weg. Goodsnecker uns in MS1. Da MS1 ist easy. Oder auf noch und T18 da unten. Ups, kann nicht das gut übersehen. Nur noch T18. Ah, nee. Oh, Crap. Ich muss meine Ketten kaputtgehen werden. Nur noch ein T18. ich wusste es ich wusste es einfach feierlich runter Kevin feierlich drunter ich war unter feierlich drunter vorne steht noch ein Panther Jäger ein ja ich weiß aber wie gesagt meine Ketten sind nicht so nicht so groß er sollte 18 ist wichtig ja was die gar nicht viel zu ungenau zu treffen ich mache jetzt einen Bogen um ihn alter wie die verschielt es gibt es so schlecht gehen und der 1 sie drauf er verpisst sich aber die Praxis der Karten ab ja jetzt nicht mehr Fakmann Fak 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 der Tod der Panzerjäger ne der Panzerjäger ne der Panzerjäger aber auch so ist die Uhr des Lack während der Welt das heißt nicht nur fünf Minuten auf der Städte der Städte der Städte Kassel sich die Lücke erzielen ja was soll das sein da steht ein T18 hier steht der T18 doch da steht ein T18, den siehst du nicht okay, Fahrweiter gerade aus Fahr gerade aus da ist der T18 und da du bist tot, sie hat unsere Bodenwanne versuche ich doch der hat die Schnellschussgun schießt auf den Panzerjäger 1 Panzerjäger 1 von links von links schießt jetzt noch einen Schuss nein, die Runde schaffe ich mir noch zu Ende oh, das interessiert mich jetzt aber auch der T60, der muss es noch der T60 muss es jetzt noch reißen aber es gibt doch noch diesen Lloyd GZ das ist ein Selbstfaller fett, als ob die was drauf hat hä, die kann einen Schuss auf den, in dem wir im Meer schießen ja, die muss dabei, ich weiß gar nicht, wie lange die nachladen muss paar Sekunden nur T60, alter, der ist ja echt schnell total, man, total aber der hat einen geilen Turm der sieht voll lustig aus ja oh, der hat zwei Schüsse frontal abbekommen oh, der ist hier zweimal auf die Bodenwanne ha, ich hab da hingepingt und er war da oh, T60 ja, lafette wie du bist du guck mal, wo der T60 hinfährt oh, scheiße, Mann wohin fährt denn der T60 keine Ahnung, der ist total dumm der ist mehr als so doof, alter, wenn die ATI jetzt schlauß wäre sie vorne stehen geblieben ja, die ist die ATI macht, das ist die ATI macht, das ist die ATI macht, das ist Bum, ach, ich wusste es na, ich wusste es, das ist ATI, ich wusste es, aber der T60 war einfach strunzdumm nee, alter, ich hab da sogar, ich hab da sogar hingepinscht, dass es darum geht oh, schön was hab ich denn was auch nerven aus Stahl bekommen oh, also schade, ich hab, ich hab am meisten Erfahrung bekommen, danach kein Wesen, das ist Simon ganz weit unten ich hab am meisten Schaden gemacht jetzt kann ich die 37 mm CIS 19 du hast gar nicht am meisten Schaden gemacht, natürlich ja, wobei, das ist 4.000, Mensch eine Frise aber das ist am meisten, warum kommt und jetzt noch so ein Radio, das heißt tatsächlich Radio das ist ein Funkgerät einfach da steht Radio da ist jetzt voll auf aufgerüstet ok ja, T26 wenn eigentlich äh, was, was fährt ihr da? nein, Spaß ok, auf geht's das sah jetzt ziemlich krank aus ok, Simon 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 Simon, das ist nicht lustig ok und dann noch jetzt tatsächlich tic tic 26 9 warum denn, wir sind schon beim Kaufer 1S also eher bei der E-E-E-E-S- Oh, geil, heute ist Sonntag, morgen ist wieder Schule, ne, freut sich ja drauf schon. Krieg dich, Adi. Kriegen wir das Kotz, ne, ne, schluss. Du hast mir grad den Sonntag versaut, weil du Montag gesagt hast. Ich hasse Sonntag. Ich hasse Sonntag, weil danach Montag kommt. Oh, Himmelsdorf. Oh, drei Jahre. Nur in den Ferien ist es cool. Ja, in den Ferien ist Sonntag gut. Sonntag ist sehr gut. Adi, noch eine Woche überlegen, meine Fans. Nur in Europa-Packen. Da ist es brutal zu überfüllen. Okay, von Berghoch. In den Ferien ist an einem Sonntag. Hast du doch ein Ziffer, mein besseres Motor, Kevin? Wo seid ihr? Ach, da hinten. Wo ist Simon? Wie steht die vor ihr? Ach so, ne. Bin vor euch. Ach, fahr einfach in den Berghoch, Kevin. Ich fahr jetzt aber langsamer wie hier. Ich warte einfach auf euch. Nein, fahr einfach vor, wir beholen dich hier. Pass auf uns warten, wir sind schon an dir vorbei. Kevin, wo fährst du? Ich sage, du sollst den Berghoch fahren. Als kenne ich mich in der Map aus. Hä? Ich habe ihn zweimal gespielt, diese Map oder dreimal oder viermal oder zehnmal. Ich mag die Map. Ja, die auch gut. Aber ich finde sie im Winter schöner. Ja, finde ich auch. Ab in der Atmosphäre. Ich war doch Kevin. Da sind zwei, äh, da kommen zwei Panzer auf der anderen Seite. Ja und? Direkt auf unseren. Ja, ja und was? Ist das nicht irgendwie gefährlich? Nein. Die machen das, Alter. Boah, ich fahr schon noch mit der langsamsten Geschwindigkeit. Boah, Panzer 3R schuckt mich doch nicht an, Mann. Nee, die machen es nicht. Wir verlieren da, glaube ich. Bewegt mich mal, Kevin. Alter, Mann. Der ist zwar voll ausgerüstet, aber trotzdem lahm. Komm, als... Ja, kann ich sogar die zweite Schnelligkeit zu vereinballern. Nee, damit überhole ich dich noch. Simon, was machst du da? Das bin ich. Was meinst du denn? Hui, ich schieb Kevin an. Das ist mein Lack an. Ah, guck, danke. Das ist sehr nett. Ich schieb Kevin an, ja. Hä? Nein. Habt ihr so Schiss, das ist doch nur so ein BT-7er. Ja, nur ein BT-7er, passt schon, ne? Na, passt. Mach ich alleine fertig. Rollen die doch mal an. Über mir. Die Menschen ins Kinders, wie lahm und schlecht. Die sind schon längst tot, Mensch. Du bist tot? Nein, die sind doch schon längst tot. Kevin, wie viel Schaden hast du denn schon gemacht? Ja, null Mann, Junge. Holy mo, go. Andi, wie viel hast du gemacht? Gibt mir auch nicht die Chance, irgendwie Schaden zu machen. Bis ich da bin, ist eh alles weggeräumt. Wie ist sie? Da kommt ein so 18er. Na, war echt. Nicht stark gepanzert. Ramenschaden, Adi. Ach, schade. Geh da weg, Adi? Ah, gut. So geht's auch. Ich geh die Ketten. Ach, sind schon alle tot davon, ne? Adi? Ha, Adi ist tot. Hat Adi sich gemütet? Adi stirbt einfach mal. Oh, ne, bin ich jetzt absichtlich mal vorbeigefahren. Loll. Der Marder hat mir 112 gezogen. Wer echt? Der kann mir keine 112 ziehen, Alter. Kevin, du bist selber tot und hast nicht mal Schaden gemacht. Doch, 38. Toll, ich hab 300 gemacht. Weißt du, wie schlecht du bist. Ich hab nicht, Kevin. Wurde an, Adi. Bin ich jetzt nicht geil für Nadi? Ja, komm, raus aus dem Gefecht. Ich glaub, wir gewinnen müssen. Da bin ich doch schon längst. Das genühen wir schon noch. Ja, gut, ach ja. Ja, geil, mitten in der Aufnahme, ne? Ja. Ich kann nichts dafür. Meine Mutter ist reinkommen. Ich muss kurz wieder verlieren. Warte mal, mit dem Karl. Kann ich ihm klar tun, äh, zufangen? Nein, du willst ihn nicht. Kann ich nicht fahren, Karl, kann ich nicht fahren. Warum nicht? Ah ja, stimmt. Adi kann ich nicht. Weil die Banken bis rum fahren. Aber wir können 7er fahren. Aber fahren ist geil. Ja, wir können 7er fahren. Ne, ich muss den E25-Kanal nicht spielen. Und was fällt Kevin? Kevin fällt E25. Ja, meine Crew ist incomplete. Da musst du die Crew reinmachen. Ja, mach rein, klick, klick einfach links, klick auf irgendeine Crew. Und dann müssen da so Leute sein, die kannst du reinmachen, oder? Auf einem, äh, bei einem. Geh einfach oben auf die drei Köpfe. Und da klickst du drauf. Ja, okay, geh auf diese drei Köpfe über deiner kompletten Crew. Okay, okay, ja. Okay. Retrain Crew, return crew to vehicle, then crew to the barracks. Was soll ich da machen? So, äh, eine Crew kaufen. Ne, du musst jeden einzeln kaufen, glaube ich. Ja, stimmt. Du musst auch kriegen draufklippen. Klick auf den ersten Typ, dann auf, ähm, auf Kommandant, Kommandanten anfordern, das oberste. Da so ein Plus drauf, so ein Helm mit so ein Plus. Und dann kommst du hin, kannst du das kaufen. Hol den, hol den 50%, 50%. Alles andere kostet Geld. Ja, ich weiß. Ich hab halt meinen sechsten Sinn auf meinem T25 endlich. Ich hab auf meiner IS von 64% und auf der KV-NS erst 79%. Und auf der Hellcat 88%. Aber ich geh nach der Hellcat nicht weiter, ich hör mit der Hellcat auf. Ernst du? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie keinen Bock auf den T28-Protz. Ich glaub, ich geh dann eher auf den T95, auf den T28 normal. Ach, da geh ich auch drauf, da bin ich auch schon mal ein Pfeuer. Ich find die Hellcat von der ganzen Reihe am besten, weil es so mobil und wendig ist, was sie euch ausmacht. Und da sich komplett durch, äh, von anderen unterscheidet aus 1840 erstgleich. Also auf die ganze Crew reingemacht, Munition gekauft, dann ist es auch bewahrt. Ja, ja, das macht grad alles. Ich find doch mal wieder E25 spielen. Ne, ich brauch noch Erfahrung. Ne, ich brauch für den T21-Protz brauche ich 100.000 Erfahrungen. Okay. 100 fucking 1000. Oder bei 6000. Ah, der T95 wird geil. Doppelketten. Ey, ist es eigentlich dann so, wenn die mir eine Kette zerschießen, kann die dann trotzdem weiterfahren? Nein. Nicht? Die zerschießen dann gleich beide Ketten. Ja, das ist doch scheiße. Das ist aber scheißig. Ich glaub, das wird noch geändert irgendwann, hoff ich. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich könnt schon die Erfahrung umwandeln, fällt mir auf. Ich bin 1800. Können wir auch noch machen. Mach ich aber nicht, ich bin auf den IS-6. Goldtechnik. Ach, aber warte mal. Ne, ganz kurz. Du hast noch 240 Gold. 7.525. Wie viel Gold habt ihr noch? 7.525. Du? 991. Okay. Oh, gleich mein 8er-Gefecht gekommen. Oh, geil. Ich hab grad mal geguckt, wie viel ein Premium-Konto kostet, ne? Und was ist? Jetzt hab ich dauerhaft vor mir so ein Premium-Target-Ding. Was hast du? Kannst wegklicken. Dieses Premium-Kaufen-Ding hab ich jetzt direkt vor meiner Nase die ganze Zeit. Kannst aber wegklicken. Okay, ja. Ja, ich würd sagen, wir fahren links über die Brücke und dann campen uns da irgendwo hinter einem Stein. Was für ne Map? Wie gesagt, die Hör du mit dir kommt, dass du andere Maps kommst schon. Es gibt diese Only-Tier-10er diese Dragon-Ding. Dragon Village oder wie heißt die? Die hab ich noch nie gespielt, und du? Einmal hab ich die gespielt. Ich hab die noch nie gespielt, nur die im 10er-Gefecht gekommen. Ja, ich hab' die Bezug mit einem 8er-Junze. Bin so langsam, das kotzt mich voll an. ist trotzdem schneller als ich schon der kommt nachher wenn du in t 26 weiterfährst was den ich fahr der kommt später nach dem t 26 ok also der links von dir weiter kämen war weiter ich hab mich extrem überholt ja kevin ist stehen geblieben ein panzer ziemlich cool kevin ich würde sagen du kannst dich mal zu mir ja ich muss ich muss es mir irgendwie einprägen da wo ich stehe ja da könntest du dich vielleicht mal hinstellen ok ok ja dann mal wieder weg schon der kommt nachher nach dem t 26 den ich fahre ok cool also weiter vor ins gebüsch rein damit im zeitplatz simon finde ich denke ich finde seine position simon kuschelt mit t34 genau ja t34 davon ist ein panther ok die alle kann ich da durchfahren weil was machten werden er hat eiskalten berg runter kannst du ihn gar nennen den die oben die da oben stehen ja es ist ein leder das hat dann fahrrad drehe ich mal wissen oder sollen ich bräuchte 6 da sind drauf k-probe alle an den buchern gar nicht niemanden treffen von denen die leute nicht verarscht der t90 warum bin ich gespottet ich brauche echt sechsen sind ganz ehrlich ich war nicht mal gespottet ich weiß nicht mal von wem ich hab nicht mal geschossen ob er jetzt mal von meinem von meinem camp örtchen rausgegangen und hier mal in t 3 und 30 zum beispiel anzeiten so und nachher um der 50er Stelle gegeben ich auch er ist oder vor Ort und der auf die Fresse versuchte so haja ich kann ja das war fahrt zurück fahrt zurück fahrt zurück oh ja alter der hat mir auch schon ein bisschen gezogen bisschen leben wenn dann gegner vor die fahrer krebs zurück und nicht vorwärts weil hinten ist die Panzer am schwächsten also mal den panther durch die schienen ja durch die schienen ähm da irgendwie nach einer Stelle zu geben der t34 statt dass der vorfeld bleibt der hinten der schlimm fahrt fahrt der t34 zu haben boom panther noch eine gegeben da müssen noch welche sein ich hab gerade einen t34 gesehen dort da an der anderen Seite fuck man ich brauche Hilfe Leute ich brauche Hilfe okay fuck das muss wehtun von der art hier auf die fresse das nervt voll so wird es sagt alter kommt schon wieder zusammen im kreis geht zusammen geht gar nicht leute geht gar nicht klar da hier schießt du mal durch die lücke dadurch man da könnt ihr scheiß panther rausnehmen anfangs der abgeladen auch schießt jetzt mal auf dich optik und schon der kaputt die gleiche auf ihn um ein paar schon wieder die art hinter mir mein Gott ich hab den panther verstanden der 84 na es kann ich Ihnen noch ein kaputt jemanden und Simon Simon ich bin hinter dir er soll hinter mir verstecken ja es kann nur von mir 144 von hinten nicht an passt auf ist drei von links von links ich gehe die meine beschäftigte die ist drei kommt hier hoch hinter uns die war gerade eben noch offen ich gehe mal zu dir die regnet ich bin tot man da wollte ich gerade auf den auf den scheiß T-34 zielen Kevin verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich verpiss dich, verpiss dich warum? Dreh um und fahr weg fall rechts den Berg runter, ja, fall hinter die Schiene, verpiss dich, Alter oh scheiße, Alter da prallt alles ab, ey ja, was fährst du hoch, man ist doch selbstmord, Kevin fahr gerade aus, gib Gas, gib Gas fahr einfach an der vorbei das ist selbst so, dass du machst, man, du hast keine Panzerung du bist tot du bist sowas von tot du bist sowas am Arsch ne, ich hab's nicht mehr durchgeschafft, schade ne, Jagdpanton mich nicht erwischt na, mach's vorbei ja toll, dieser Assi die Arti mit 69 Leben, oah wie viel Schaden hast du gemacht? ich hab 1126 367 und ich hab einen Küchen Alter, wie riesig ist die Arti, bitte das ist so krass, ne? Alter, die ist ja so groß wie ein ganzes Haus da fuck, alter und nur noch ne Runde ähm, wenn man das mal auf nach Hause oder Aufnahmen stopp also bewertet die Folge, ähm, schreibt Kommentare und, ja, wir sehen uns im nächsten Tag Tschüss und, ja, wir sehen uns im nächsten Tag 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 und, ja, wir sehen uns im nächsten Tag